Das ist Chris, der hat gerade noch Dinge für seinen Bro gemacht, das ist für meinen Vlog, der hat gebatickt und hier habe ich so Geschenke für meine Mom und meine Schwester und mein Neffe hat ein Spiel bekommen, so Geschenk für Chris seine Mami und dann müssen wir, wenn wir zu Chris seiner Mami gefahren sind, noch das Auto von der Frau schnappen und dann noch zu Chris seinem BFF fahren und dann noch das Geburtstagsgeschenk für einen anderen Bruder holen. Gar kein Bock, hast du Bock? Übel, ich habe auch gar kein Bock. Wir sind vier Stunden dahin fahren von Köln aus, das ist halt so schlimm, ja, aber wir nehmen euch mit. Ich mache mich jetzt mal so langsam stream ready, damit ich nicht mehr aussehe wie das. Aber das wisst ihr ja nicht, bei diesem Vlog wahrscheinlich. Irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester sehe, hoffentlich, wenn ich wieder so schneidfaul bin. Wir sind jetzt bei DM, wir müssen jetzt Weepshit ausdrucken für meine Schwester. Dieses halbnackte Anime-Girls ausdrucken, als Geschenk. Das ist nicht für mich, ich schwöre. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen soll. Fertig. Jo Freunde, die Zeit ist gekommen. Der Tag ist angebrochen. Eigentlich ist der Tag schon vor ein paar Stunden angebrochen. Und jetzt, das war wohl. Wir werden jetzt gleich losfahren. Wir werden jetzt gleich losfahren zu meiner Mutti. Das ist ein Rucksack. Ist gepackt. Da ist Chris. Was geht ab? Nur um meine Haare zu machen. Ne. Hat es Bock? Ja. Okay, Chris hat Bock, ich nicht. Mein Outfit of the day. Wir sehen uns gleich weiter. Wieder. Hi. Hi. Wir fahren jetzt nach den Quellen-Hauptbahnhof. Unsere Bandert-Verspätung. Ich hoffe, das hört man. Ich glaub nicht. Wir fahren jetzt nach den Quellen-Hauptbahnhof. In Quellen-Hauptbahnhof. Ich werde mir einen fetten Kaffee bei Backpack. Und das wird niiice. Ausstieg. Wir fahren jetzt mal. Oh, hallo. Ja, wir fahren jetzt nach Rennef. Das ist so nah. Das ist so nah. Und es ist nicht diagonal. Es ist diagonal. Horizontal. Nein, nein, nicht. Ich muss doch. Und deswegen ist Chris nicht mein Kameramann. Ich muss keine Zeit haben. Oh, veratme. Dann sehen wir die Warte später. Das ist mir egal. Tolle. Freunde. Auf jeden Fall. Ähm. Warte, so. Minderkode. Minderkode. Wow. Wow. Hi. Ich bin's. Ich bin's. Hi. Hast du ein Henness? Oh, ich hab mein Handy ja vor der Kamera. Oh, verlaufen. Du bist ein schlechter Kameramann. Ich hab nur meine Hände vor der Kamera. Hey. Ja, wir sind jetzt. Wir sind jetzt, was ist denn Henness? Oder? Sollten ich meine Schwester ab. Man sieht in der Kamera, da der Schminke richtig gut. Warte, guck mal. Ich mach jetzt ein nice and dry. Ja. Schwester. Und dann fährt die uns zu sich. Nein, nicht hoch. Wow. Abstieg in Fahrt Richtung rechts. Hier, boy. Hier, boy. Links. Passt aus. Nina. Oh, ja, da sind unsere Federn. Wir sind da. Hallo Homies. Und hier. Wie sieht das aus? Ich hab dich gefressen. Hier sind die andere Bilder drin. Ich brauchst du gegen mich. Hier ist der Doggo. Von meiner Mama. Und hier ist Food. Und hier ist der Jolly. Hi. Schwolli Dodger. Der Schwolli Dodger. Und hier. Das sieht man nicht. Habe ich so nice Süßigkeiten bekommen. Und so Stifte von meiner Mama. Und der Chris auch. Fancy. Shit. Hier ist meine Mama. Gute Miene. Wie ist deine Zahl? 4, 7, 3. Folg dir auf jeden Zettel. Meine Community sagt immer, dass du sehr schöne Bilder machst. Und immer so. Deine Mama hat wieder ein neues Bild. Ja, das war meine Mama. Wir machen einen Vlog. Von Weihnachten. Ein Vlog ist Bloggen als Video. Das heißt V. Frau. Musst du falten. Die zusammenklappen. Und dann aneinander kleben. Ich wäre mal schlecht in sowas. Ich habe es auch nie hinbekommen, einen ordentlichen Flieger zufalten. Ich bin ein Basteln. Also ich bin einfach schlecht im Basteln. Ich bin ein ganz schreckliches Basteln. April. Kann ich auch. Mach mal was. Ja, das hier ist einfach. Aber guck mal. Du sagst, das ist einfach. Ja, komm mal mit, weil die Selina mir gemacht hat. Sehr cool. Der Hund ist einfach ohne Grund hyped. Warum bist du hyped? Bitte bell dich, hör auf. April. Hast du diesen Hund? Da ist sie, Lucy. Hallo. Hallo Lucy. Ich liebe diese Katze. Lucy. Beimpft. Die Vika hat mir ein Geschenk mitgebracht. Wow. Richtig süß, ne? Fantastisch. Mama, die packt die Anime mit. Ich glaube. Bei dem einzigen. Musst du aufpassen. Ich habe wirklich bestimmt eine halbe Stunde nach irgendwelchen guten Bildern gesucht. Wie fühlen sie sich, halbnackte Anime-Girls in einen Rahmen zu packen? Sie müssen ja relativ. Ja? Das sind jetzt halbnackte Anime-Girls und nur halbnackte... Richtige Girls. Immer noch nicht gerade. Nina, möchtest du auch immer ein YouTube-Video? Das ist es. Okay. Willst du auch immer ein YouTube-Video? Naja. Okay. . Napstals. Was spielen jetzt Spiele? Wenn jetzt der Grüne eine 4 würfelt, und dann mit dem hier geht, muss geschmissen werden. Nein. Hä? Also ich schmeiß immer. Du bist ja verfehlen. Nee, ich bin die Schmeißer. Das ist ein bisschen... Er hat noch ganz gerne Zeit. In der Mitte... Wo ist er noch vollständig? Wo ist er noch vollständig? Ja. Kennen Sie noch die Ritteln oder was? Ja. Das Essen ist zu Ende. Die Leute sind weg. Übrig geblieben. Der Yoli. Und ich. Meine Sis und ihr Boy. Meine Mom Chris. Ja. Ja. Vika war kurz da. Mit kurz meine ich schon viel unten. Waren noch zwei Leute da. Mit Hund. Der hat mich genervt. Ja. Jetzt ist Chris duschen. Gucken wir mal. Was hier so abgeht. Das ist Chris. Die muss jetzt duschen gehen. Die ist duschen worden. Deswegen lassen wir den Chris jetzt in Rot duschen. Dann werden wir Playstation spielen. Beziehungsweise der Chris. Und dann. Es fehlt einfach auf einmal die Software von der Playstation. Einfach ein Gun. Einfach weg. Was ist das? Was hat er gemacht? Das ist der nächste Tag. Ihr glaubt es gar nicht. Ihr glaubt es nicht. Es schneit. Es sind weiße Weihnachten in 2020. Was ist das? Es. 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 Seht. Seht ihr das? Was ist das? Es schneit einfach. Wow. Meine Mutter erzählt gerade wie ich immer an ihr rumkritisiert habe. Ja. Es schneit. Es ist wundervoll. Fantastisch. Wie fühlst du dich? Du siehst in dem Winkel ein bisschen schmutzig aus wegen deinem Bart. Warte ich mal da um die Gesicht herum. Ja. Jolly. Jolly. Wir haben weiße Weihnachten. Es schneit. Jolly. 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 mein Kaffee. Wir sind in der Bahn nach Münster und müssen zweieinhalb Stunden fahren. Das ist richtig schön beleuchtet. Schön beleuchtet? Ja, wenn du nach links gehst, dann leuchtet deine Augen. Ne, du musst wieder ins Licht. Das leuchtet deine Augen schön. Ja, beim Münster müssen wir dann schon warten. Aber das wird fett. Wie Pepsi dabei. Nice. Okay. Herzlich willkommen zu der hässlichsten Stadt NRW. Sie meinen gar nicht mich. Hier gibt man das Graffiti. Ach, da geht man ja Angst. Also dieses Graffiti. Das sagst du euch, Alter. Hagen ist richtig schlimm. Ich bin jetzt in Münster. Wir müssen jetzt hier eine dreiviertel Stunde warten. Da ist der Münster Bahnhof. Ja. Wir müssen jetzt hier warten. I don't know. Wir gucken jetzt mal, was wir machen. Jo. Ja, und weil wir jetzt hier in Münster sind, machen wir ein paar Biri-Shirts. Oder Curie-Shirts. Und... Wow. Ja, das stimmt schon. Seht ihr das? Das Beginn der Geschichte war, dass da nur einer war und wir wollten das da runterholen. Jetzt haben wir da fünf. Wie viel Geld hast du gerade da reingestellt? Ich glaube 2,50. Fantastisch. Ja, da ist der Automat. Ne, da hinten ist der Automat. Wir haben äh... Seht ihr das? Ist der Bastard. Die Maske ist komplett gemessen. Meine... Meine auch. Ja, stimmt. Meine auch. Mal ein bisschen lachen. Da waren schon zwei Typen. Wir haben den Blick reingeworfen für Nicknacks. Wir sind ein bisschen hergeblieben. Dann nochmal Nicknacks. Wir sind runtergefallen. Die haben wir jetzt. Dann haben wir noch zweimal Chips versucht. Ne, dreimal Chips versucht. Ne, nicht nur zweimal? Ich meine dreimal. Ich glaube, da hängen vier Chips-Typen drin. Echt vier? Krass, dick. Also zweimal Chips. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängt der jetzt einen Haufen Scheiß. Ja. Frohe Weihnachten an die Person, die es rauskriegt. Das ist die Packung, die wir da rausbekommen haben. Die eine für 350. Ja, wir sind da. Aber wir sind der Dörpen, aber nicht in Pappenburg. Wunderschöne Dörpen. Ja, ja. Jetzt werden wir abgeholt. Ich bin jetzt im Bad hier, weil ich weiß nicht, wieviel ich jetzt filmen darf. Ich denke mal nicht so wirklich. Deswegen wollte ich mir die Dörpen abgeben. Ja. Hallo Freunde. Es geht. Ich hab jetzt gerade nochmal einen Nap gemacht. Mein Schwinkel sieht voll scheiße aus, weil ich damit geschlafen habe. Also das ist die von gestern. Ne, zweimal damit geschlafen. Ja. Um 7 Uhr gibt's Pizza und ganz später fahren wir noch zu Dörpen. Und das, die trinken wir das jetzt. Okay. Ja, ne, 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 ne. Oh ja. Oh ja. Eine Bälle... Eine Bälle. Oh, die Bälle. Die Bälle. 25 rein. Hm. Ich kann das... Also mit links ist ganz schwierig. Es ist Tag 4, heute gehts wieder zurück, wir frühstücken nur noch. Und dann gehts wieder zurück nach Köln, ich werde mich heute nicht schminken, ich wüsste nicht wofür. Ja, jetzt zeig ich euch noch wie es hier aussieht. Wow, das Emsland in seiner vollen Bandbreite. Die Luft ist auch wieder komplett geil. Hallo. Was geht ab? Hallo. Wir haben gerade Pommes gegessen und wir sind jetzt wieder in Münster und fahren jetzt nach Köln. Kannst du bitte nicht so nah an mein Gesicht kommen? Wir fahren jetzt noch 2 Stunden, dann sind wir in Köln und dann müssen wir noch einmal umsteigen und dann fahren wir noch eine Viertelstunde und dann sind wir da. Ich bin sorry, dass ich die letzten Tage nicht so viel filmen konnte. Ja. Aber dass halt Chris seine Fam und ich meine. Ja. Und deswegen so meine Mom, meine Fam ist cool damit, wenn ich die filme. Ja. Aber seine nicht so. Ja. Ja. Ich war gerade duschen. Ich bin zu Hause seit ein paar Stündchen. Das war mein Weihnachten dieses Jahr. Danke fürs Zuschauen. Äh. 300 Kilometer hin und zurück zu fahren. Und den Norden waren schon hart, muss ich sagen. Ich hoffe, das war irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam.